Hallo liebe Smart Homies und Lebenssteuerer. Als Vorbereitung auf mein 5000 Abo Special, in dem ich euch mein ganz neues Home Assistant Dashboard zeigen werde, das ich gerade erst am Bauen bin, werde ich euch heute noch den Kiosk Mode für Home Assistant Dashboards zeigen und wie ihr Home Assistant Custom Cards installiert bzw. welche ich dafür nutze für mein neues Dashboard. Wenn ihr die weiteren Videos, die ich noch über Dashboards machen werde, nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn ihr Fragen zum Thema Dashboard habt, stellt sie mir wie immer sehr sehr gern in den Kommentaren, denn damit kann ich diese ganze Dashboard Reihe natürlich weiter füllen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein. Hi, ich bin Thomas und auf meinem Kanal findest du jede Woche spannende Videos zum Thema Hausautomatisierung, Smart Home, Home Assistant und Sprachsteuerung. So, als erstes würde ich sagen, ich zeige euch mal ganz kurz, welche verschiedenen Custom Cards ich nutze, gerade für mein neues Dashboard. Und sagen wir mal so, also eine Karte, nach der ich immer wieder gefragt wurde, denn gibt es standardmäßig einfach nicht in Home Assistant, was ich echt komisch finde, denn für viele Dashboards ist es echt praktisch, eine Uhr zu haben. Die Digital Clock, die nutze ich schon sehr lange, die nutze ich auch an meinem Spiegelprojekt, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, verlinke ich euch jetzt mal links, äh, rechts oben. Genau, also ihr habt hier einfach nur eine digitale Uhr, die euch noch den Tag anzeigt. Das ist alles, genau. Dann eine weitere Karte, ähm, die ich gerade in Verbindung mit der Digital Clock mir am Anfang geholt habe, weil auf meinem Spiegel war mir diese Uhr zu klein. Da habe ich mir die Card-Mod, ähm, ist jetzt nicht mal wirklich eine wirkliche Custom Card, sondern das ist quasi, äh, hiermit kann ich Cards verändern und das Ganze über CSS-Styles einfach, die ich mit einbinde. Ich kann zum Beispiel auch die Farbe hier von Texten verändern. Äh, also es gibt ganz viel CSS, das man hier machen kann. Und was ich damit hauptsächlich mache, ist zum einen die Positionierung von Karten ein bisschen anpassen, wenn die mir nicht passt. Und zum anderen, also nicht die Karten, sondern der Text in den Karten oder der Inhalt der Karten wird damit meistens positioniert. Und zum anderen die Schriftgröße anpassen oder die komplette Karte in ihrer Größe anpassen und zwar das Ganze über Prozentwerte. Werde ich euch dann nächste Woche in dem Video alles zeigen, weil da habe ich solche Beispiele dann drin. Aber Card-Mod ist auf jeden Fall eine Sache, wenn ihr ein bisschen über CSS-Script ein bisschen noch mehr anpassen wollt, ähm, ist das auf jeden Fall eine super Sache. Und, äh, ich denke mal in Zukunft, wenn es von mir noch so ein paar Dashboard-Videos gibt, werde ich das ein oder andere Mal auf jeden Fall nutzen. Deswegen, das ist auch eine Sache, würde ich euch empfehlen zu installieren. Ähm, dann eine weitere, die ich nutze, sind die Mushroom-Cards. Ganz klar sind auch schon bekannt aus dem ein oder anderen Video von mir. Dennoch, ähm, Mushroom-Cards, ähm, seht ihr hier auch so ein paar Beispiele, wie die aussehen, haben einfach so ein modernes Design. Ähm, man hat auch diese modernen Chips oben und so weiter und so fort. Also auch eine ganz coole Sache, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, die zu verwenden, weil die Mushroom-Cards lassen das ganze Dashboard einfach ein bisschen moderner aussehen. Ähm, früher hat man die Mushroom-Themes noch dazu benötigt. Die braucht man heutzutage nicht mehr. Ich habe es gerade bei mir auch deinstalliert, also braucht ihr definitiv nicht mehr. Und die letzte Karte, die ich mir diese Woche dann noch dazu geholt habe, ist die Minimalistic Area Card. Wenn das jetzt gleich hier lädt, seht ihr schon, was es ist. Es ist im Endeffekt, ich kann ein Bild reinlegen, ähm, eine Entität hinter das Bild legen, einen Namen hinter das Bild legen, ähm, eine Klick-Aktion, womit ich in den Raum wechsle, kann mir dort gewisse Entitäten anzeigen. Alles das ist auch mit der Picture-Entity Card möglich. Was mit der Picture-Entity Card definitiv nicht möglich ist, ist, wie hier in diesem Beispiel, ähm, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit anzeigen. Ich habe es über verschiedene Wege probiert, ich habe es einfach nicht reinbekommen. Deswegen habe ich mir dann diese Minimalistic Area Card noch geholt, denn die finde ich super. Dann kann ich über ein Bild auswählen, in welchen Raum ich gehen möchte. Okay, genau, und das sind quasi alle Karten, die ich zusätzlich verwende. Alles, was ihr hier noch seht, Vakuum-Card, das sind alles Sachen, die ich mal getestet habe, wo ich aber eigentlich nicht mehr brauche. Kann ich bei Gelegenheit mal, ähm, deinstallieren. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch nochmal kurz, wie man so eine Custom-Card oder dann eben auch den Kiosk-Mode installiert. Und dafür geht ihr hier, äh, ich bin jetzt hier in meinem Test-System, ihr geht auf Hex. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr Hex installiert, wenn ihr also Hex noch nicht habt, verlinke ich euch jetzt mal rechts oben ein Video, wie ihr Hex installiert. Und dort unterhalb von Hex geht ihr auf das Frontend und dort findet ihr eben die verschiedenen Karten. Ähm, wir suchen jetzt zum Beispiel mal die, dem Kiosk-Mode, der ist gerade hier ausgewählt. Und nehmen wir einfach mal einfach nur als ein Beispiel, weil das geht einfach für alles im gleichen Maße. Und zwar sagen wir hier herunterladen. Dann wird hier die Version angezeigt. Man könnte oben den Haken setzen, dass ein Beta-Versionen angezeigt werden. Schauen wir mal, hier gibt es aktuell gar keine Beta-Version. Gut, wenn es eine Beta-Version gäbe, wäre die dann mit diesem Haken eben mit angezeigt. Im Produktivsystem empfehle ich eigentlich niemals eine Beta zu verwenden. Deswegen einfach die neueste Version auswählen, auf herunterladen gehen. Und bei den ganzen Dashboard-Sachen kommt dann eine Warnung, dass man quasi den Browser-Cache leeren muss. Über den Neuladen wird der Browser-Cache direkt geleert. Und damit haben wir dann auch jetzt den Kiosk-Mode hier in meinem Testsystem zum Beispiel installiert. Und ja, der Kiosk-Mode ist auch so das Zweite, worauf ich eingehen möchte. Denn was kann ich mit dem Kiosk-Mode machen? Mit dem Kiosk-Mode habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann quasi mit dem Tag Kiosk-Doppelpunkt, kann ich sowohl den Header als auch die Sidebar, also wie man es hier sieht, dass quasi der Header und die Sidebar komplett ausgelockt wird. Wir gehen jetzt mal kurz, Moment, ja doch, würde ich sagen, gehen wir hier mal kurz rein. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, dann gehen wir auf Benutzeroberfläche konfigurieren. Sagen wir mal die Kontrolle übernehmen, das ist Wurscht, ich kann das nachher auf den Snapshot zurücksetzen. Hier geht ihr in den RAW-Konfigurations-Editor, so und jetzt muss ich nochmal schnell spicken. So, und hier geben wir dann ein, einmal Kiosk-Mode, Doppelpunkt, zwei Leerzeichen und dann nehmen wir zum Beispiel mal Hide Header, setzen wir auf True, wir speichern das Ganze, schließen das Ganze hier einmal. Ihr seht, der Header ist noch da, wenn ich jetzt aber hier auf Fertig gehe. So, ich habe jetzt herausgefunden, woran das Problem bei mir liegt. Scheinbar wurde der Cache nicht neu geladen, dadurch, dass ich hier im Fullscreen-Modus bin. Ihr könnt das Ganze kontrollieren, ob der Cache wirklich neu geladen wurde. Hier müssen quasi die Sachen, die ihr über Hex installiert habt, diese Custom-Sachen, müssen hier drinstehen als JavaScript-Modul. Und bei mir stand das jetzt hier nicht drin. Normalerweise funktioniert das einmal frei und lädt sich automatisch auch hier mit rein. Genau, und jetzt, wenn ich hier auf Fertig gehe und einmal zwischen den beiden Dashboards switche, dann seht ihr schon, auf einmal ist die Titelzeile weg. Jetzt, wenn ihr natürlich sagt, ja, wie kann man jetzt wieder in den Bearbeitungsmodus, auch relativ einfach. Denn ihr gebt hier einfach ein Fragezeichen, disable underscore km ein und schon habt ihr die Titelzeile wieder drin. Und in dem Moment könnt ihr hier wieder normal auf Benutzeroberfläche bearbeiten gehen. Ich zeige es euch nochmal im Konfigurationseditor, was einzufügen ist, ist Kiosk-Mode und Hide-Header-True. Wenn ich jetzt hier auf Kiosk gehe, Kiosk-True, sagen wir mal speichern, schließen das Ganze, wechseln einmal so, einmal so. Und ihr seht, wir sind jetzt im kompletten Kiosk-Mode, also sowohl links, die Zeile ist ausgeblendet, als auch hier oben quasi das Ganze. Aber auch hier habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, über disable km das Ganze dann wieder hinzubekommen, dass ihr alles seht und dass ihr das Ganze wieder bearbeiten könnt. Gar kein Problem, solange ihr Zugriff auf die Adresszeile habt, funktioniert das einwandfrei. Und so könnt ihr quasi, und jetzt gehen wir nochmal zurück hier in die Beschreibung des Kiosk-Mode. Wie gesagt, Kiosk war jetzt beides, ich habe den Header und die Sidebar ausgeblendet. Hide-Header sagt sich von selber, ihr könnt auch nur die Sidebar hier ausblenden. Ihr könnt quasi den Menü-Button hier oben ausblenden. Ihr könnt das Top-Right-Menü, sind quasi diese drei Punkte hier ausblenden, dass die nicht mehr funktionieren. Ignore Entity-Setting und Ignore Mobile-Setting habe ich selber noch nicht verwendet, müsste ich mir jetzt erstmal genauer durchlesen, was das Ganze ist. Wie gesagt, die anderen sind das, wofür man den Kiosk-Mode hauptsächlich braucht, nämlich entweder diese Zeile hier links ausblenden oder oben die Titelzeile. Hier links das Menü quasi, also die Sidebar, die kann man sich auch über die Einstellungen, und zwar funktioniert das Verstecke-Seitenleiste immer. Kann ich hier anhaken, funktioniert. Der Punkt ist aber, ich komme dann hierüber immer wieder auf die Seitenleiste. Im Kiosk-Mode ist es eben so, dass es nicht funktioniert. Im Kiosk-Mode kommt ihr auch über diese drei Buttons einfach nicht mehr drauf. Deswegen, der Kiosk-Mode ist quasi für Tablets oder sonst was, wo auch Fremde rankommen, die nicht an eure Config oder sonst was rankommen sollen, sondern eben nur an diese vorgegebenen Sachen vom Dashboard. Dafür ist der Kiosk-Mode dann im striktesten Sinne gedacht, dass eben niemand mehr die Möglichkeit hat, auf eure Config zu kommen, eventuell Passwörter auszulesen oder sonst irgendwas. Ja, das war's dann mit dem heutigen Video schon. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen möchtet, dann denkt einfach mal darüber nach, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr noch Fragen zum ganzen Thema habt, stellt sie mir sehr gerne unten in den Kommentaren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.